hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen folge chained echoes wir befinden uns in den ruinen von emperion und schauen mal nach was uns hier im inneren erwartet ja wohl noch so ein rätsel da habe ich bock drauf erstmal gucken zwei kugeln aneinander schießt dann kann ich die hier vorbeischießen dann ist die hier und geht rein wie krieg ich die andere dann rein so so dann fliegt sie vorbei so so ich muss an der ganz bestimmten ecke aneinander schießen lassen ah ja ich glaube ich hab's so so nee das war falsch ich hau mal ein bisschen drauf ich kann nicht mehr ein bisschen vorstellen was passieren wenn ich die rüber knade jetzt kann ich die nur noch hier runter dann ist er aber weg nee das war saunert ich dachte ich hatte es eben ausgeklügelt ach nee dann ist die direkt drin du bist 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 Vielleicht so? Ne, so geht es aber nicht. Das ist ein bisschen knifflig-knobelig, ich dachte nämlich, ich hatte eben so eine Idee. Ich muss mal kurz was gucken. Das bringt aber auch nichts, wenn ich so einen anderen knattern lasse. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, ich muss die hier mit benutzen. Dann muss ich die eine direkt an die andere kugeln und dann nur die andere reinschieben. Die kann ich hier und dann hängt sie fest. Knugelig knifflig. Jetzt würde ich die eine hier rüber reinkriegen. Wie kriege ich die andere dann rein? Ah, jetzt. So, ja. Nicht zu früh die Kugel ins Ding schießen. Sehr gut. Ach, hier sind friedliche Maschinen, Männer. Wuff, wuff. Weitere Golems. Die scheinen nicht besonders aggressiv zu sein. Sie arbeiten, beackern einige Felder, füttern die Vögel. Wie seltsam. Die Golems wurden von den Erbauern der Ruinen erschaffen, vor tausenden Jahren. Einige beschützen den Ort vor Eindringlingen, andere hingegen stellen sicher, dass alles funktioniert. Und sie funktionieren noch nach so lange Zeit, gebunden an eine Mission, die niemals enden wird. Hör ich da Sentimentalität in deiner Stimme? Was für eine Seltenheit. Ich empfinde Respekt im Angesicht solcher Hingabe. Es ist keine Hingabe. Die Golems tun, wozu sie erschaffen wurden. Sie hatten nie eine Wahl. Sei nicht so eine Spielverderberin. Können wir bitte weiter? Ah ja, ich vergaß, dass ich Abstand einhalten wollte. Vergebt mir. Da wir aus dem Waldgebiet raus sind, sollten wir in der Lage sein, unsere Himmelsrüstung einzusetzen. Nice. Angeblich soll man mit Angeln eine Art Nahrung namens Fisch fangen können. Ich sitze seit mehr als 2000 Jahren hier und habe noch nichts gefangen. Mache ich etwas falsch? Vielleicht sind hier keine Fische. Oh, der hat einen falschen Köder. Jo, Agamemnon. Aber ich glaube, Agamemnon ist die, die ich nie angezogen hatte. Das ist die Tankbristung. Ah, die hat halt super viel Verteidigung. Ja, wenn ich keine bessere finde, dann ziehe ich die an. Also dann gebe ich die irgendein. Oh. 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 Diese Vögel hier können sich nicht mehr selbst ernähren, es ist die Schuld der Menschheit, ihr müsst immer in die Natur eingreifen. Auch jetzt, schau, du hast die Vögel verscheucht. Ach, wie schön ist es wieder fliegen zu können. Wir bauen Gemüse an, damit das Wissen nicht verloren geht. Ich frage mich, wie diese Karotten schmecken. Oh, hier gibt es wieder vier Schmerzkisten. Oh, und ich kann fliegen, jawohl. Dann fliegen wir erstmal das ganze Gebiet ab, würde ich sagen. Jawohl, eine bessere Kläfe. Ich überlege, ob ich dem die Öcke in Memnon gebe. Aber das Merlin-Modell macht so viel Schaden. Eigentlich braucht der Glänze, der hat am wenigsten Verteidigung. Oh, ich will doch alles abfliegen. Oh, was sind das für dicke Affenmänner. Oh nein, die schaffe ich doch so nicht, oder? Guck mal, wie stark sie sind. Oh, ich glaube, das sind Gegner für die Jemals Rüstung. Oh ja, die sind immer als Rüstungsgegner. Ich muss flüchten. Oh, da habe ich Glück gehabt. Oh. 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 Oh, oh. Äh. Oh. 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 Oh, okay. Oh. Oh, oh. Das war's für heute. Nein, ich wollte doch gar nicht umgreifen. Verdammt. Das stimmt doch. Ich dachte, die Liederanen sind keine Angriffe, ich bin so blöd. Ich guck mal grad. Belohnungstafel. Siege ein Gaffer und wechsle in jeder Runde aus. Das erkundet einen Großteil. Was? Die Fjordwälde habe ich noch nicht komplett erkundet? Das ist irgendwie viermal. Ja, ich habe doch schon vier von vier Waldwöhren besiegt. Achso, das hier fehlt noch. Stimmt, das habe ich ja alles schon. Die Fjordwälde habe ich nicht überall geguckt. Siege allein mit Egil und Rob, eine Gruppe von mindestens fünf Himmelsaffen. Alle einzigartigen Monster. Die Fee sinkt Falfalaran. Finde den geheimen Ort. Das ist doch der Strudel bestimmt, aber ich kann nicht rein. Blende den selben Gegner viermal innerhalb eines Kampfes an einem beliebigen Ort. Okay. Ja. Gut. Nächsten Kampf machen wir es. Schwert und Schild S 300. Wer macht denn eigentlich die Blindungssalve? Bogengewehr. Ah, ich muss einem nur das Scheißbogengewehr geben. Ich kann noch zwei Leute mit dem Bogengewehr ausrüsten. Ich muss es ja nicht mit dem selben Charakter machen, oder? Blende den selben Gegner viermal innerhalb eines Kampfes. Jawohl. Okay. Sehr gut. Wer hat das andere Bogengewehr? Wenn ich dem jetzt das starke Schwert und Schild gebe, dann macht er noch mehr Schaden. Oh, ich flieg mal weiter rum, wie ich es geplant hatte. Ophelia. Ophelia. Oh, Drache. Mal versuchen wir es bei dem direkt. Ich mach nochmal den Angriffsbrecher. Scheint ja genug Leben zu haben. Daneben. Ups. auch noch mal anders. Nein. Wir müssen jetzt mit dem mal lösen. Widerstand gehalten. Ne, dürft ihr jetzt mal ein Head angreifen. Das müssen die Erblendungsmänner machen. Einmal muss ich glaube ich noch. Statt gehalten. Nein, er hat schon wieder Stand gehalten. Das gibt es doch nicht. Das freckt er auch noch. Ja, aber da war die vierte Erblendung. Zählt das doch nicht. Oh, E-Deckanone E300. Oh, ich habe schon alle Kisten. Gut, aber hier könnte ja noch so eine Statue sein. Gut. 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 Ich glaube, wir müssen erstmal das Wasser ablassen. Hier kann ich rein. Ich denke, da muss ich auch rein. Gut, gut, dann gehen wir mal hier rein. Speichere. Unsere Bauherr schickten uns vor knapp 3000 Jahren hierher. Seitdem arbeiten wir Tag ein Tag aus. Nicht vergessen, wir können in hohem Gras nicht in unsere Himmelsrüstung einsteigen. Ja, leider ist das so. Haha, lehn, 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 manche. Okay, ich muss hier rüber. Wir versuchen das jetzt nochmal aus. Oh. Da waren zwei Affen tot und dann versuchen wir den einen nochmal zu blenden. Den unteren, der wird der Blendeaffe sein. Ich glaube, die sollen jetzt mal Schilde hoch machen und es könnten längere Kampfe werden. Mal. Was denn hier mal irgendwie nicht natt. Oh, Dunkel hat ja auch Schwäche. Shitstorm machen die. So, zweimal geblendet. So, jetzt wiederholen wir uns. Oh, das ist so schlimm. So, jetzt noch mal. So, jetzt noch mal. So, jetzt noch mal. So, jetzt noch mal. Monster-Reih-Szene. Allerdings habe ich irgendwie voll viele Monster-Reih-Szene. Vielleicht brauche ich die jetzt erst so richtig. Also, ich glaube, es ist nicht so richtig. Das ist gar nicht so einfach vier mal einzublenden. Das waren wir denn nur dreimal glaube ich. Schade. Oh, ist das ein versteckter Raum? Ach ne. Ah, okay. Gut. Gut, gut. Ja, wenn hinten muss ich irgendwie Beblendungszeug auf die Gegner werfen. Es gibt ja auch so ein Gegenstand mit dem er die blenden kann. Vielleicht muss ich die da einfach benutzen. Oh, wird da noch neue Rüstung drin sein? Hamme und Schild. Ich bräuchte mal neue Angriffsdrohnen. Unsere Bauherr sind nicht für die Konstruktion dieser Ruinen verantwortlich. Sie nutzen sie lediglich für ihre eigenen Zwecke. Okay, okay. Es sind weitere viele Geheimnisse in den Ruinen unterwegs. Deshalb machen wir hier einen kleinen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.